hallo willkommen zu my cut v online zum neuen part ja wir spielen wieder die gute alte runde wer zu stellen und ja die meistert jetzt am besten der letzte part war ja nicht ja da ist ja leute also der letzte part so ganz schön blöd war also ganz schön ja weil er dann ein bisschen blöd tut mir auch sehr leid aber das wird mir noch mal vorkommen das werde ich versuchen zu meinen so wir warten mal wieder ab bis die leute fertig gespielt haben mir fällt gerade auf wir sind dann immer bei zwei minuten da oben also kann ich hier noch an will ein bisschen gucken na ja die zeit verfliegt so wie langsam oder eigentlich nicht aber ist ja egal so kommt man hier hallo es macht hin jetzt sind schon mal fünf spieler waren es vorher auch schon spieler keine ahnung glaubt nicht man es nicht weiß ich ja wir warten 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 die sind so schlecht die spieler oder die wollen einfach nur spieler sind so jetzt sind sie mal durch endlich mal so rennen wird vorbereitet bitte warten ja immer so kommt jetzt haben wir genug gewartet also mal gucken was kommt es kommt also mal gucken was kommt es kommt und der speziale delphino oder piaz zahler hauptsache eine strecke das ist schon mal gut also los geht's spielt ihr auch mit ich hoffe ihr spielt da hinten mit wäre sonst ein bisschen anweilig mal gucken was ist hier im item noch drin ein guter panzer schmerzen wir mal gleich nach hinten und wir fahren natürlich gleich in die wand so ich guck gerade mal ein bisschen nach hinten mal so gucken was da los ist aber was geht los dann fahren wir mal wieder diese tolle strecke entlang so dann gibt es hier um das war jetzt dumm und dann ist auch schnell preisen vorne der erste so roter panzer leider auch kala aber ist ja auch dankeschön alien ja auch kala bei rote panzer war natürlich blöd und der fünfte ja ich glaube das ist ja mal ein richtiger schlechter spieler da kommt jetzt geht es hier rum dann nehmen wir uns bei jedem block und ein looper das wird den leuten erstmal die sicht ja da sehen wir doch schon gut schade wäre fast der windschatten gewesen aber nun gut so in der item box ist mein lieblings item drin also scheißegal kala du kriegst den scheiß nicht komm kala ich werde dich auch ja ich werde dich auch ach es ist egal auf jeden fall wir haben das item nicht bekommen oder nicht abgegeben sammelt so da vorne sind sie alle naja oder nicht alle wohl sind ja alle fünf leute sind die gerade hier da kommt mach immer komm mach ja das war natürlich sehr stolz von mir komm mach den schatten wenn schatten wenn schatten wenn schatten wenn schatten naja auf jeden fall sind wir schon mal in der letzten runde und kriegen eigentlich auch einen stockpanzer so ausweichen ja das war natürlich sehr toll so dann geht es mal hier runter und roter panzer hier rum und wir sind vierter wir müssen auch noch was heißen hier Leute kommt ich will nicht vierter bleiben ja komm noch was schönes ja wow können die dann ausweichen äh wissen sie nicht wie das geht dazu dann geht es mir um mann ey was meinte quatsch naja wohl vierter natürlich sehr schlecht aber egal ja ja minus 41 oh zwölf spieler auf einmal hohoho alter schwede auf einmal zwölf spieler so rennen wird vorbereitet so bitte warten wissen wir ja komm mach hin wow wann haben wir denn ja alles aha 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 so dicker schikane wollen wir immer noch haben so was haben wollen die anderen oh remover da habe ich jetzt irgendwie auch gerade Lust drauf auch wenn die Strecke schwer ist da habe ich gerade auch Lust das ist nicht Pilzstucht es gar nicht ja und drei Fragezeichen naja mal gucken und und es ist dicker schikane also schön so zwölf spieler 100 kubik versus rennen na wenn das nicht was ist dann weiß ich auch nicht weiter so wir sind gleich mal erster und fahren und schneiden in die falsche richtung ja und weisen nimmt das mal gleich das item weg so dann geht es mal hier rum perfekto dann holen wir uns das in der Mitte das item kriegen roten panzer wer war war oder irgendwie sowas drauf und ja so du lässt ihn mal wieder in ruhe wenn es geht dann geht es hier rum so perfekto ja perfekt 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 so dann beschleunigungsstreifen dann Stunt Dankeschön Carla das war sehr nett von dir ja schön in den Schreikei rein aber das ist jetzt gerade blöd ja toll das war natürlich toll so zack zack perfekt und und dann geht es wieder in die Kanone so und letzt natürlich wird so dann passend so 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 ich will lieber so die abkürzen machen ist besser zack so perfekt mein gut was 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 kann so runter dann 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 ja Banane setzen gleich und zwar wann setzt man mal die Banane ich würde sagen wir schmeißen sie nach vorne oder nach hinten ja genau so so und blauer Scharipanzer kam aber zu spät jo der ist glaube ich in der Luft explodiert hm so ausweichen noch ein bisschen Düfflein setzen dann Stunt roter Panzer dann grüne Panzer von hinten wow da war knapp hinter Banane da oh könnte ein bisschen jung werden ne wird es aber nicht oder ne und da war schon der erste ja da war schon wieder aber hier ist der erste das muss man halten ich hoffe keiner weiß wie man das ausreicht oh scheiße Carla wird uns Carla einholen ja toll und 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 wo will der rote Pan äh Pan mein Gott Panzer nicht Panther aha der wollte komisch egal so jetzt warten wir wieder bis der vorletzte Ziel ist oder wenn 30 Sekunden abgelaufen sind da kommt da kommt perfekt wow 114 Punkte plus das ist sehr gut dann würde ich mal sagen mit dem nächsten Rennen geht es weiter Rennen wird vorbereitet bitte warten machen wir immer gerne eigentlich nicht aber egal wir haben ja eh nichts besseres zu tun als zu warten von daher naja na bom kommt heute noch was oder nicht na los mach hin ja Leute das kann es jetzt noch um Stunden dauern ja das kann es jetzt noch um Stunden dauern ja was soll ich da jetzt gegen machen Leute nichts ich kann dagegen nichts machen ist ja irgendwie schon grad komisch das passiert jetzt nicht grad häufig mal gucken wann das aufhört solange guck ich hier am Computer ja ach oh kein Monat zu lange dauert hat sind sehr viele Leute rausgegangen so nee das wollte ich gar nicht ach ist ja egal so wir haben aus Verringenburg Boulevard jetzt geht Schoschgarten Pilzlucht und 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 äh 3 Fragesechen das wusste ich doch so und wir spielen DKA Schikane naja egal da denn jetzt mal wieder los hier so und es geht auch schon gleich wieder in die Ganone und kriegen auch gleich 3 Bananen und der Mario am Start sie will sie nicht bewegen tja sein Problem ob die Batterien nur grad ausgegangen sind oder nicht so so einmal einen Stunt machen dann nichts mehr damit dann ausklingen lassen wollen Arsch kann man dazu auch noch schaffen? hab ich auch noch nicht aufprobiert ja Tatsache gut dann machen wir hier wieder den Stunt so tu mal hier ein bisschen Bananen raus dann neue Blöcke und eine neue Banane dann neue Blöcke und eine neue Banane ja dankeschön so dann gehts auch schon wieder hoch hier kriegen noch eine Banane und nehmen sie wieder als Verteidigung hier weg da Perfekto so Banane setzen mal schlecht ein die Banane ist gar immer so schlecht wenn ich das jetzt nicht so ausgesprochen habe aber ist auch egal so dann gehts hier rum Perfekto ja das ist scheiß wer mit da passiert ey Casimini pest na tscholl na tscholl egal nochmal jetzt zack dann Paolo so konnten sie ausweichen wussten wie der Kredner denn wir haben fast in den Block reingefahren aber ist auch egal Heimweizen wie gehts dir so dann gehts wieder in die Panone rein und drei rote Panzer das ist doch gut so einen einen zweiten und zehn dritten Perfekto so nur den Einzelnen jetzt nehmen wir am Aune aber jetzt keinen mehr sollst mich gut aufpassen ich hätte Fehler unterläuft ey mir läuft unterläuft der Fehler immer wieder ey so dann hier Stunt dann Non-Stunt ja dankeschön Belversteiger ach nö jetzt haben wir die Vettritte wo ist sie denn ah ah toll Vettritte egal Minus acht na das geht auch noch so sechs Spielern das ist ein bisschen wenig bis zum ja bis zum nächsten Mal und schau euer Ninyoshi Tendo